Wir haben jeden in der Firma fragen können, wenn wir Probleme gehabt haben. Nicht unsere Betreuer, sondern alle Mitarbeiter haben uns da unterstützt und das war wirklich super. Sehr, ich weiß jetzt absolut, was ich machen möchte. Das war davor eher nicht so. Jetzt weiß ich wirklich, in welche Richtung das geht und das finde ich sehr gut. Viele glauben immer, das ist nichts für einen, aber bei deinem Praktikum, da siehst du wirklich, ob das was für dich ist. Und vielleicht können sich ein paar Leute umentscheiden und machen auch etwas mit Technik.